Scheiße, ich habe das Ganze jetzt zwar nicht aufgenommen, aber Leute, wir hängen da so schnell fest, dass ich einfach gesagt habe... Du, äh, du bist gerade in der Aufnahme, die Zahl war hoch. Ich weiß, ich habe jetzt gerade gedrückt. Also Leute, folgendes ist passiert, wir haben uns hier eine halbe Stunde abgequillt, um an diesen Raum vorbeizukommen, weil einfach keiner wusste, wie es geht. Und gerade als ein richtiges YouTube-Video gefunden wurde, habe ich es selbst gelöst, oh mein Gott. Und habe das Ganze nicht aufgenommen, weil ich nicht wusste, dass ich es selbst lösen konnte auf diese Weise. Deswegen, Entschuldigung, dass ihr das nicht sehen könntet. Das Ganze war einfach, ihr habt die Portale gerade gesehen. Dann erklär mal einigermaßen, was du gemacht hast. Okay, ich musste nur ein Portal an diese versetzte Richtung schließen und an diese versetzt. Dann kam der Ball, der von da hinten raus abgeschossen wurde, kam dann hier rein, hier raus. Und sobald er hier raus war, musste ich ein Portal auf diese Stelle schießen. Dann flog er da rein und wurde von da aus dann wieder zurückgeschleudert, glaube ich, hier rein. Und von dort aus kam er dann zurück und ist dann nur auf dieses Ding da, wo er jetzt in steckt, geflogen. Also ich war jetzt selbst nicht mehr richtig, ich habe nicht geguckt, weil ich Aufnahme gedrückt habe. Auf jeden Fall können wir jetzt endlich weitermachen. Hui, dann geht es jetzt weiter. Ah, die Stelle. Jep, jep. Ich gehe auf Nummer sicher lieber. Ach, das Ganze langsam. Portal. Hier hin. So. Oh Gott. Ei. Oh. What the fuck? What the fuck? Ich schieße das falsche Portal und dann fliege ich selbst runter, weil ich aus meinem Portal gestoßen werde. Ha. Yes. Was denn? Schon wieder? Oh. Fuck ey. Das gibt es doch nicht. Leute, wie kann man bei Portal bloß fehlen? Wie mache ich das? Kenny, wann musst du eigentlich los? 12.40. Fuck. 12.30 Uhr höre ich spätestens mit der Aufnahme auf. Andererseits, ich dürfte gar nicht so viel Gierarbeit mehr haben. Ich muss das rendern und hochladen und erst dann können wir die nächsten Parts aufnehmen. Oder du räumst einfach mal dein PC ein bisschen auf. Es tut mir leid, aber ich muss Final Fantasy und Devil May Cry hochladen, um das zu schaffen. Wie viel Terabyte hast du eigentlich? Gigabyte meinst du? Ich habe kein... Gigabyte? Ja, ich habe 465. Hui, das ist scheiße. Noch dazu habe ich nebenbei noch eine Machine, weil das frisst auch sehr viel. So, endlich vorbei. So. Nein, die Stelle. Ich fahre erstmal hoch. Frau wird hochgefahren. Oh, das ist auch geil. Die guckt so grimmig. Ich will hier raus. Die hat eine komplett verformte Figur, die Rechte. Ich meine, wie steht die? Alter. Sieht so klobig aus. Nicht abhauen. Ich dachte, ich könnte sie damit überrumpeln. Verdammt. Die noch ein bisschen behindert. Wee. Bestehen. Ich war gerade verwirrt. Ich wollte da dann durch und... All right. So. Hä? Wo ist der Ball? Nein! Au! Verdammter Ball. So, wartet mal. Gut gemacht, Ball. Nice Ball. Äh. Äh, nein. Er will, dass ich Organe spende. Äh. Das ist wahr. Nein. Tu es nicht. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss zum Organspenderverdingsungsraum. Geiles Wort. Verdings... Organspenderverdingsungsraum. Verdammt. Leute, ich will nicht zur Arbeit. Kann man vorstellen. Hm. Du noch nicht, hast du nicht gelöst. Na, er kommt ja auch nur erst am Abend. Es wird wieder... Leute, jetzt kommt der lustige Teil. Danach höre ich mit der Aufnahme auf. Jetzt kommen die Roboter. Oh, nein, dann bist du eh schon bald wieder fertig. Oh. Das Spiel ist nicht gerade so lange. Oh, ich mag diese Viecher. Mit ihrer lustigen Stimme. What the fuck. Sieht aus wie so ein Fisch. Ein Fisch? Wenn man es im Portal 2 Koop spielt, dann kann man auch eins von diesen Dingern spielen. Mir fällt der gerade ein uhrgeiles Let's Race an. What the fuck? Seht ihr das da? Ne, die schießen bloß. Ich dachte, die hätte auch noch einen weiteren Drogen zerstört. Weißt du, was? Das war ein richtiges Blau, das letzte Race wäre. Was? Miros Edge. Oh, da spielst du so geil. Du kannst mich nicht treffen. Ich benutze dein Kumpel. Du bist getroffen worden. Ich bin ja so süß, wie diese Roboter reden. Aber echt. Hi. Du putzst. Die Kamera. Hi. Der hat gerade wirklich Hallo gesagt. Ja, ich weiß. Oh. Ich, dadurch, so dem steht nicht in die Hand. Das ist viel lustiger. Einfach packen. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, ehrlich gesagt. Boah, da kann man doch übel jemanden mehr stechen hier. So. Jetzt hat meine Nägel endlich wieder kurz. Was machst du während der Nägel? Das ist ein Schläß von mir. Ja, Entschuldigung. Die Dinger waren so unmenschlich lang. Ich weiß gar nicht, wie schnell meine Nägel wachsen. Das ist schlimm. Moment mal. Moment mal. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ein Mädchen, dass sich die Nägel steidet, weil sie zu lang sind. Ja. Hast du die komplett abgeschnitten? Relativ kurz hier. Die Viecher nerven. Die Viecher.